gerne erspärt oder einfach mal der feinmechanik prob ich gucke mal katakomben und kavern entschärfen einer falle ich hatte kommt mit kavern bitte du kannst erkennen dass wohl in also es ist sowieso viel schutt und viele trümmern die hier gerade in dieser kleinen gasse liegen aber du erkennst wohl dass zu diesem draht oder von diesem draht ein ein kleiner bär liegt ein ja du würdest sagen teddybär wie kinder ihn benutzen und damit ist dieser draht wohl verbunden wenn man also gegen stößt würde dieser dieser bär in richtung von isaron gezogen werden unglaublich widerlich weil nicht nur wenn man den draht berührt sondern vor allem auch wenn ein kind hier vorbeikommt und dann von diesem von diesem bären dann gefesselt ist um mitzunehmen auch das würde diese falle unglaublich widerlich auslösen du guckst noch mal ein bisschen weiter nach vorne und kannst da wohl auch ähnliche mechaniken erkennen über die man dann hinüber steigen müsste dann über die über die ganze seite der gasse du kannst auch so was erkennen wie ein kleiner korkball der dann vom von immer ein spiel benutzt wird also auch wenn man ganz ganz gern benutzt wenn man gegentritt einfach nur um schutt beiseite zu räumen oder einfach den korkball die tritt man sowieso immer super gerne auch der würde eine falle auslösen definitiv wohl magisch zumindest bei dem korkball würdest du es vermuten weil man da im inneren nicht so viel verbergen kann aber was im bauch dieses teddybären steckt das kann natürlich auch alchemistisch sein widerlich richtig richtig ekelhaft kann man diese falle entschärfen und wie schwierig ist mir wäre das also mit der probe gestiegen das zu wenn du das entschärfen möchtest dann kannst du den an den teddybären herantreten solange du da den den draht nicht aktiviert das ist einmal so ganz kurz durchschneiden du hast jetzt die die sachen hast du jetzt nicht dabei also was einfach alles was an ein werkzeug vor da wäre hast du draußen vor der tür in den bauernhaus gelassen du hast nur deine kampfwerkzeuge gelassen also ausweichen du musst darüber steigen gut steigt über diese dritte hinab hier herüber ich habe leider nicht das werkzeug um sie jetzt entschärfen darum müssen sich später andere leute kümmern ich zeig mal auf diese fallen auf diese drähte vielleicht doch berührt diese gegenstände auf keinen fall passt vor allem auf kiaras auf nur als frage können wir die nicht irgendwie von fern auslösen indem ihr einfach mit eurem stab dagegen tockt das ist ja auch nicht so fern mit eurem seil vielleicht das ist doch relativ lang was ist wenn ihr feinde auf der lauer liegen und darauf warten dass man das ding auslöst und dann auf einen schießt wir sollten sie lassen die sie sind wir wollen schließlich schnell zum sonderfeld kommen und wenn wir uns hier noch damit aufhalten und womöglich die leute auf uns aufmerksam machen ist uns auch nicht wir bleiben alle hier stehen und es geht immer eine nur für den fall der fälle vielleicht auf dem rückweg haben wir die möglichkeit dazu aber mir ihr könnt euch ja was warum tut ihr nicht mit den ersten übersatz ich gehe mal den weg vor steige über demonstrativ hoch über diese drähte hinüber und erreiche hoffentlich das andere ende des minenfeldes sind schärfe für euch alle um dann vorbeizukommen wenn ihr tasten habt würde euch tasten auch helfen ich erschwere es euch um fünf punkte alle alle jeder eine sinn und schärfe plus fünf um dann dann vorbeizukommen okay und das denn hilft hätten wir nicht vorher eine reihenfolge festlegen sollen in der wir gehen weil wenn er erstes verkackt muss der rest ja nicht mehr werfen raffin macht ja auch gerade raffin machst du noch ein chippy jetzt wieder ne stimmt das lohnt sich das überhaupt ich bin da jetzt hinten fast brandöl dranhängt lohnt sich das wenn da hinten jetzt eine glocke dran hängt also wenn du die achten warte meinst du es geschafft wenn ich die achten neuwürfel 6 16 oder weniger könnte natürlich auch eine 20 ja ist gut das gute ist halt was halt also jahres hat sein chippy ja schon vorhin ausgegeben für den heiltrank das heißt da der hätte auch benutzen dürfen aber ja okay du bist so ein bisschen abgelenkt ist es sind halt echt ekelhaft haushaltsgegenstände die man braucht oder von dem man es auch nicht vermutet teilweise dann noch auf kopfhöhe angebracht und abel mir kann danach erkennen wie da wohl irgendwelche regnerinnen mit mit säure oder sowas gefüllt worden sind und dann also es ist absolut ekelhafte kriegsführung hat nichts mit mit normaler mittelreicher taktik zu tun sondern das ist dämonisch pervertiert das ist ekelhaft auch irgendwelche bratpfannen die erkennen könnt also dann travia heilige gegenstände und dann könnt ihr vor euch die neue stadtmauer erkennen die dann zum donnerfeld führt wird auf den zinn dann auch schwere soldaten erkennen krieger von der feuerlilie die damit ihren ordenswappen stehen und dann sperre rausgeregt haben nach oben schilder dabei und dann wachsam erkennen dass ihr auch dann aus der gas ertretert beziehungsweise dann nach und nach euch in diese bäume und püsche dann abtarnt jenigerweise sehe ich auch auf entfernung aus windbahnstrahl da muss ich euch recht geben verflucht der mist habt ihr das gesehen ich war auf dem maras kanal da haben sie keine so üblen fallen gestellt müssen gute fallenbauer unter ihnen haben wenn ich den in die finger kriege gut wie sieht es denn auf dieser großen allee aus ja du guckst dich so ein bisschen um laut den karten müsste das jetzt die fürstin irme gunde allee sein die dann auch direkt nach norden führt zu der palastviertel du guckst noch mal die können natürlich wieder überall sitzen mit ihren mit ihren armbrüsten und überall schießen aber der nähe in der entfernung wo ihr gerade rauskommt hoffst du dass man wohl schnell dann die straße auch überqueren kann wenn du dich nach noch mal ein bisschen umblickst kannst du noch vor allem im schwarzen himmel erkennen wie wohl karakiele fliegen und zwar drei stück zwei sind besonders groß und haben wohl auch mehr hörner als dass die die kodizes vorschreiben beziehungsweise die beschwörungsrichten und das was du eben auch aus den verbotenen büchern oder aus den freigegebenen büchern kennst und darauf dann auch reiter haben jetzt keine witterung von euch aufgenommen aber sie kreisen über dem palastviertel und wenn wir über die straße wollen müssen wir diesmal zügig tun dann auf kann man von jetzt das tor sehen dieses genau das kannst du sehen und vor allem dann auch hier oben auf den mauern dann die krieger der feuerlinie du guckst so ein bisschen es sind wohl an der mauer zehn stück dann betritt eine weitere person die wohl her zugerufen wurde die mauern es handelt sich dabei wohl um eine sehr abgerissene gestalt auf den ersten blick denkst du es ist immer aber auf den zweiten blick ist es wohl nur irgend anderer dreckiger thalamide der dann auch direkt zu euch schaut und dann mit euch die kommunikation aufnimmt und zwar bei attack ich richte mich noch gut sich überhaupt nicht auf die straße ich stimme hierhin er dürfte gerne auch mal attack würfeln um jetzt die kommunikation aus der entfernung dann mitzubekommen das sollte doch gehen rafim ich erkenne ich so genau was deutet er aber mir erkennt es rafim hat wohl immer noch ein bisschen zu tun mit ja guckt noch mal nach hinten und hat er da wohl auch irgendwelche trittspuren entdeckt mit irgendwelchen giftigen nadeln die sie da wohl auch aus dem boden haben stellen lassen das war wohl eine mechanik auf die abel mir hingewiesen hatte wo dann auch säure aus diesen nadeln kam es hat rafim besonders fasziniert aber abel mir hat wieder den blick beim attack und kann das dann für euch übersetzen sie werden für euch nicht die tore öffnen denn das ist zu gefährlich sie werden für euch eine leiter runterlassen eine strickleiter an der ihr dann hier die mauern beklimmen könnt denn ja aufgrund von schnellen verräterischen dämonen werden sie die touren nicht öffnen punkt mit leiter wir sollen die eine strickleiter nutzen hier könnt ihr klettern ja ja ich sollte ich denke das sollte möglich sein hier geht es nur ja dann habe ich mir hinterher dann ist er und kommen auf ihm und ich nach nun ja vielleicht sollte aber mir zuerst lernen und kias mit seinem seil sichern nur zu für den fall der fälle das ist eine gute idee klettern kämpfen nein nicht kämpfen klettern falls noch niemand hoch signalisiert hat micky eifrig in richtung der mauer ich habe mir eine antwort gehabt nein du hast mit ihm gerettet nein du ach so ach so dann würde ich im signalisieren lass die leiter herunter attack wird zugestimmt warte ich bis die leiter heruntergelassen passiert noch nichts hat er mich nicht verstanden hatte ich verstanden vielleicht warten sie darauf dass wir loslaufen natürlich dann renne ich mal los über die straße ja du bekommst gerade panik ja da hat noch irgendwas gerade hinter dir gesagt scheiße abbruch du du guckst noch mal nach hinten guckst noch mal nach vorne über die siehst du die karakille kreisen haben sie dich schon entdeckt du hörst wohl wie jalan stimme leiser wird du hast sowieso nicht verstanden und dann als du zurück guckst kannst du gerade sehen wie die leiter nach unten geschnellt wird und gerade just in dem moment wo du die mauer erreicht siehst du dann wie die die unterste trittspur dann auch dich erreicht gott zum glück hat das auch noch dein stabseil aber was hat jalan gesagt du kannst über das kreischen der karakille hören haben sie dich schon entdeckt ich renne also ich renne ich kletter möglichst schnell die leiter hoch an dieser strikte dann probe minus drei ja wollen die anderen nachfolgen oder ja in der festgelegten reihenfolge gut dann würfel mir auch gerne eine kletternprobe minus drei und das problem bei kias ist er hat ja auch noch wunden das entsetzliche wunden an den armen ich kann er wenn ich nicht mehr hat dann ausgemacht wenn ich oben bin wer kommt jetzt als nächster nach aber mir kiara ja boltergst du du guckst gerade scheiße sie sind schon alle losgerannt mit ein kleines stummelbeinchen versuchst du hinterher zu kommen sie sind schon weg du siehst gerade wie isa run sich nach oben zieht und dann erreichst du erst die stecken mit sie haben nicht einfach vergessen oder ignoriert verdammte menschen ja nach und nach ihr könnt noch erkennen wie boltergst gerade sein letztes beinchen nach oben zieht sich dann über die mauer hinüber schwingt und dann knallt ein schuss splittert wohl noch irgendwelche teile von von der mauer weg die die boltergst gerade überstiegen hat und ein großer brocken von steinsplittern prasselt dann noch auf den den kleinen dicken bolterg sein kannst du noch deine arme schützen nach oben reißen aber irgendwas hat hat es wohl gerade das war kein armbrust bolzen der den die mauer zerrissen hat willkommen auf dem donnerfeld da war klar danke auch wir gehen davon aus dass ihr in dieser gewandung keine verräter seid dann könnt ihr aber gift aufnehmen vielleicht aber nicht schlechte scherze gerade zu dieser zeit ja du siehst wohl wie einer der krieger sich dann auch den den handschuh abstreifen also du darfst den habe schon abstreifen wird dann definitiv auch noch mal überprüft weil das licht beim strahler bei anis haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen was ist mit euch magier woher kommt ihr getaner zeigen ja ich zeige ihm meinen alponin sorry mein ding verarschen ja du merkst wie du am kragen gepackt wirst und gegen gegen die mauer ich komme aus punine ich bestehe auf ein wenig mehr respekt respekt habt ihr euch zu verdienen wenn ihr mir dieses siegel gezeigt habt ja ich wollte ich gerade euch kann das sie gezeigt wenn ich los lasse dann zeige ich euch das siegel ganz vorsichtig ich ziehe ganz vorsichtig halte ich meine rechte hand hoch direkt vor dem gesicht seht ihr und was ist mit dem rest ich bin ein zwerg willst du mich verarschen nein ganz offensichtlich nicht schau mich doch an ganz offensichtlich bist du ein zwerg ich will wissen woher du kommst und was du vor einer bist welcher profession gehst du nach ich bin ein mächtiger geode er verwollt die augen und dreht sich dann in richtung von ja von jalan du bürgst für ihn ich bürge für den mann was ist mit dem berg zu rafim oh saltfausten mein junge wir sind alan fahner alan fahner die besten kämpfe auf diesem kontinent wieder der blick rüber zu jalan ich nicke nur bitter aber ich nicke er ist eh wohl ebenso bitter und verzieht seinen mundwinkel runter gut dann reicht der boltax die hand und zieht ihn nach oben wenn der herr sieg ist brand und bin wohl so etwas wie derjenige der aufpasst dass das die letzte passion nicht überrollt wird das donnerfeld könnt dann einmal an ihm vorbeischauen in die zwei innenhöfe die es dann hier gibt mit ja sowas wie einer großen villa die ihr hier dann erkennen könnt wo dann im innenhof auch noch ein paar früchte sind die dann auch schon abgeerntet werden eine werkstatt an der dann auch gehämmert wird eine veteranen assoziation mit ein kleines aufmarschfeld mit rüstkammern davor ein schwertplatz und auch ein großes ogerschlachten museum dann so ein denkmal von einem riesigen ogre der da gerade von ja von von einem der g7 durchbohrt wird gut ihr habt es also geschafft willkommen habt ihr vor länger zu bleiben wir sind größtenteils hier um informationen von euch zu erhalten wie es in diesem teil der stadt aussieht wir möchten uns danach zur zum informationsinstitut durchschlagen dann solltet ihr am besten entweder mit dem burgscholzen bohemund sprechen oder aber mit dem neuen bürgermeister setzt das dabei einmal in ein gänsefüßchen hier dann auch auch mit seinen fingern dann andeutet dem neuen bürgermeister ihr scheint nicht überzeugt von diesem mann offiziell nennt er sich stadtvogt aber ob man auch sich bürgermeister von rommelisch schimpfen kann darf bei der aktuellen situation zeige ich der baron von obstein tiefwald der hier gastierte als es losging und sich dann zum neuen redelsführer aufschwangen reden hart von berlin an obstein war wie gesagt ignoriert ihn am besten und sprecht dann mit dem burgscholzen bohemund ihr werdet sie beide unten in der villa finden sie annektiert haben sie will er brandner und haben dann wenn wir zuerst unseren blick hinwenden die dritte leiter wird dann von der einen seite hochgezogen und auf der anderen seite wieder runter gelassen also dass er dann hier nach und nach auch wieder runter steigen können gäbe natürlich auch noch eine andere möglichkeit dann wohl im inneren des türmchens runter umzusteigen aber das würde dann dauern und daher bietet er euch dann diesen einfachen weg an könnt ihr dann auch wieder klettern wenn ihr nichts weiter wollt und dann steht ihr in einem kleinen garten mit büschen bäumen und feldern wo wohl hohen toffeln oder sowas angebaut wurden mittlerweile liegt das land dann auch brach weil ja zum selbst anbau ist mittlerweile auch schon alles verkommen und dann ich schreite voraus richtung villa haben wir mal was die neuen herren der stadt so sagen zu haben ja wenn ihr in die villa tretet könnt ihr davor wohl noch auf dem auf dem kleinen innenhof ist es nicht wirklich aber es gibt dann halt so eine kleine tür die dann zu dem garten führt davor steht dann so ein holztisch mit einer bank und 22 frauen die da sitzen mit einem sonnenschirm oder regenschirm ist das wohl eher beziehungsweise umfunktioniert und versucht da wohl gerade draußen ein bisschen sich zu unterhalten ganz ganz skurril hier draußen leben sitzen und sich da leise tuscheln unterhalten also irgendwelche art liegen lassen die einfach nicht hin aber wohl eingesperrt wie sie hier sind kann man sich das nicht aussuchen ja wenn ihr dann nach drin tretet mit euren schlammigen vermatschen stiefeln könnt ihr euch kurz orientieren könnt dann auch sehen wie ein paar diener an euch vorbeigehen oder huschen weniger diener mehr kasernen personal und werdet dann nach kurzer rücksprache in ein zimmer geführt wo dann auch ein tisch steht das ist hier nichts was wirklich für für die heeresleitung dienen diese großen besprechungstische sondern eher eher so eine tafel wo man dann große ja große festmähler geben kann könnt dann auch sehen wie ein mann mit einem unglaublich prächtigen weißen bart sitzt eine glatze und einer tiara die er auf dem kopf trägt also so ein amulett was da eingefasst ist guckt euch an brummelt wohl irgendwas und neben ihm sitzt ein mann mit leicht rötlichen haaren rötlichem bart ebenso einer pfeife und einem großen goldenen kette bürgermeister kette vielleicht selbst gemacht aus welchen materialien aber allein an seinem an seinem auftreten wie ihr euch da mustert das muss der bürgermeister reden hat von berlingern obstein sein ist also der baron und dann der burg schulze miche den bürgermeister knapp zu war er wohl geboren boah aus zu grüßen kratzt er sich so ein bisschen an seiner mächtigen wampe setzt euch setzt euch was führt euch hierher wie kommt ihr hier hin wir kommen aus dem süden lasst mich euch schon einmal eine gute nachricht verbringen ranien ist sicher und hafwax vorerst abgewendet davon haben wir gar nichts mitbekommen hafwax ist auch losgebrochen ja ich darf mich vorstellen ich bin der baron von obstein tiefwald mein name ist berlinghan obstein in der neue stadtvogt hier und ihr wollt sich wollt euch und eure fähigkeiten jetzt in meine dienste stellen sehr gut sehr gut ich kann ein band strahle gut gebrauchen wir haben leider hier keine und ein feildes licht sogar mächtige gar mächtige krieger das ist das ist sehr gut sehr gut wir planen gerade er hält seinen finger in den mund planen gerade die die befreiung von vom donnerfeld und da kann ich solche mächtigen krieger brauchen wir haben oben im norden da sitzen die scharfschützen auf einem marktplatz und den wollen wir säubern damit wir dann nach und nach durchbrechen können der burgschutz guckt euch so ein bisschen bemitleidenswert an schüttelt so ein bisschen leicht den kopf um euer wohlgeboren ungenenigerweise hoch wohlgeboren bitte mittlerweile bin ich das oberhaupt der stadt von romilis und zwar nicht die fürstin die sitzt sicher in der in der burg von ihrem bruder okurian aber solange sie hier nicht mehr weilt bin ich fast so etwas wie die fürste fast ich will mich hier nicht über preis stellen aber zwerg euer hoch wohlgeboren und werdet ihr uns wohl euren burgschulzen einmal kurz ausleihen werdet ihr euch hier weiter mit dem baron unterhaltet der burgschulze streift sich mal so ein bisschen über seinen über seinen prächtigen bart und steht dann auf guckt zu dem baron muss man für ich muss man mein bier weg bringen ich nicht die sehr sanft dieser und zu hoch wohlgeboren erzählt mir doch einmal über die lage in der stadt im detail ihr setzt euch doch setzt euch doch bitte ja der burgschulze geht dann auch an euch vorbei nach draußen ihr habt nicht das gefühl dass er jetzt pinkeln muss würde dann nach draußen in richtung des gartens treten und währenddessen wird dann der baron von obstein tief als ich den den panstrahler kurian von zorgern krallen ich quetsche ihn tatsächlich größtenteils er darüber aus wer noch am leben ist von den örtlichen örtlichen also vom befolge der ersten er hat keine ahnung ich weiß aber so kriegt man die zeit rum gut also du willst einfach nur ablenken ja ich beantworte ihm auch wahrheitsgemäß dinge die er fragt über die sachen die wir gesehen haben ja also ihm ist vor allem daran gelegen dass er jetzt kräftige helden hatte die ihr alle seid das kann er kann erkennen war eine eine mächtige basaltfaust ein bandstrahler fall des lichts damit kann man ganz und ganz ohne probleme dann die nordland bank zurückerobern und die 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 scharfschützen ausschalten was auch so ein bisschen das gefühl dass ihm sehr viel an der nordland bank auch gelegen ist die dann direkt am norden von euch liegt aber kann ich nachvollziehen du schluckst deine gerechtigkeitswahn ein bisschen runter würfel noch mal selbst sucht das auch noch mal geben das doch ist eine gute idee ist aber leider auch nicht gelungen also du kämpfst echt mit dir und mit einem prinzipien und dass er sich hier so nach oben nach oben stellt es ist es ist echt ekelhaft moment für meine rechtskunde und der geografie probe hinterher jetzt kommst du dein strafrecht zählt nicht nämlich an strafrecht lasse ich da nicht zählen aber danach noch eine geografie probe das würde dann auch helfen leider eine geografische miete natürlich nicht selbst zum ekelhaft um grafen machen können ist mir auch klar ja das problem ist also baron von obstantief weil du hattest ja auch mal diese urkunde was machst du jetzt gerade eigentlich seid ihr ja auch so was wie die herren der wildermarkt der finstermarkt von der part diese urkunde ist es lange her es ist lange her technisch gesehen du bist genau du bist jetzt allerdings nicht sicher ob die hier in rommeln das noch gilt oder nicht und wo der partien aufhört und endet also du könntest ihn jetzt natürlich jetzt auch als als kannst du ihn zurückweisen als erst nur ein baron du dann irgendwie sowas wie ein graf aber neben einer an ich bin arrogant genug um es zu versuchen aber ich warte erst mal was meine kameraden so tun ja derweil draußen oder bleibe ich unvermündlich ohne einen sonnen- oder ein regenschirm lasst ihr euch wieder von von efforts elementen nass regnen der burgschulzer hat aber auch gar keine probleme im gegensatz zu seinem zu seinem vorgesetzten dem dem stadtvogt guckt euch dann an während dann das wasser an seinem bad sich sammelt ihr seid komplett fasziniert von diesem bad wie sie dann wie sie dann in langen fäden runter läuft durch an ihr müsst mir euer bad pflegegeheimnis verraten ich habe keins nicht nein beeindruckend also gut ich bin kein untergebener von diesem baron bin hierher gesandt worden von ukurian und soll nach dem rechten gucken ukurian und seiner schwester der fürstin immergunde geht das gut sitzen das ist verzeiht nein ich wollte nur anmerken dass es erleichternd ist das zu hören aber fahrt fort bitte und wenn ihr mich unterbrecht dann werde ich natürlich stillschweigen sie sitzen in der feste hohen stein das ist das jenige was ich normalerweise als burgschulze dann oder als burgvogt dann verwalte aber solange der herr ukurian von raben und selbst dort vorsitzt werden sie mich nicht brauchen was kann ich für euch tun die fürstin konnte sich wie gesagt dann nachdem sie in die stadt nicht mehr vordringen konnte dort hin zurückziehen und dort hat sie jetzt aus zunächst einmal informationen darüber es scheinen hier sehr viele verschiedene fraktionen innerhalb der stadt zu sein und am angrosch tempel konnte man uns nicht viel über die weiteren gegebenheiten in der stadt sehen so wie ich es mitbekommen habe ist der marktplatz nördlich von hier von scharfschützen überwacht wir müssen allerdings zum informationsinstitut vordringen was könnt ihr uns zur lage hier herum sagen nun all das was nicht informationsinstitut das ist überrannt preios tempel geschändet wie es im inneren aussieht weiß bisher keiner weil sich noch niemand bis dort in vorkämpfte alles wohl auch nicht von relevanz ist ich habe keine ahnung was dort in den archiven der kgl noch schlummern mag oder nicht was ich euch sagen dass das die frieden stadt belagert wird und die travia ritter versuchen sie natürlich zurück zu drängen was ihnen auch mehr oder minder gelingt gerade die ausfälle die dann aus dem aus dem himmel kommen mit den kerakir und den anderen dämonen die sie dann hervorgerufen haben sind besonders schwierig aber sie haben auch noch einige volkariten die dort stellung halten die gänse ritter werden dies also schaffen dafür wurden sie ausgebildet habt ihr weitere informationen darüber wo genau die umkämpfte linie liegt also ist die friedensstadt wirklich durch die mauer gehalten oder gibt es dort einen mauer durchbruch wie man sich sagt den gibt es auch aber wie gesagt wenn man in drei dimensionen kämpft dann solltet ihr euch nicht mehr an so etwas wie mauern halten die nur in zwei dimensionen existieren dämonen sind auch nicht übermächtig kriegsführung ist etwas verändert nachdem ich habe wohl gehört dass galota eine fliegende festung hatte seitdem hat sich vieles verändert das ist wohl wahr von wo aus starten die karakilien beschworen werden sie wohl vor allem auf dem palastberg aber auch mit unseren fernstechern haben wir auch gesehen dass asmodeus selbst sich dorthin bemüht aber er führt die angriffe nicht selbst sondern schwebt und kreist nur darüber einige arbeitsdämonen die wohl von ich selbst kann das nicht zuordnen aber wir haben hier auch eine rondrianerin dana holzau die wie davon berichtet dass es sich dabei wohl um ein da rei handelt oder also etwas wie ein jacris lak urei wenn ich das richtig ausspreche bau und transport damit können sie zumindest ohne probleme über die mauern hinübersetzen die friedenstadt an sich ob sie noch gehalten wird der der jula koras tempel der wird gehalten das wissen wir die